Man erschöpft sich, man arbeitet gegen die eigenen Bedürfnisse, man ignoriert ganz bestimmte Botschaften, die auch der Körper einem gibt, nämlich dass zum Beispiel bestimmte Sachen zu viel sind, dass man mal dringend Schlaf braucht, dass man mal dringend Erholung braucht, dass man dringend Bewegung braucht, dass man Raum braucht für sich selbst. Der Raum für sich selbst ist in der Regel gar nicht da, der war dann in der Kindheit oft schon nicht da. Das heißt, da hat man sich um die Belange der anderen gekümmert, hat man sich darum gekümmert, was die Bedürfnisse vielleicht der Mutter waren, der als Vaters waren oder vielleicht der jüngeren Geschwister, wenn man welche hatte. Das heißt, da ging es immer um andere, ging es immer um Aufgaben zu bewältigen und das ist etwas, was sich später wiederholt.